Detektiv Conan im Wandel der Zeit. Wie viele Filler gab es damals eigentlich und wie viele heute, das klären wir. Wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Kommt mal weiter Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns Detektiv Conan mal etwas genauer an. Wir wissen, Detektiv Conan ist ein Langzeitanime, es gibt über 1037 Folgen, es gibt sehr sehr viele Kapitel, wir sind bei über 1080 und da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, das ist eine Leistung, die nicht sehr viele davor geschafft haben. Aber ein Aspekt, der immer wieder aufgegriffen wird, der auch immer wieder eigentlich negativ assoziiert wird, ist, dass wir viele Filler haben. Filler, was ist das? Viele von euch wissen es, vielleicht auch einige nicht, deshalb hier die Aufklärung. Eine Filler-Folge ist eine Folge, die nur in der Anime-Variante stattfindet. Das heißt, eigentlich basiert eine Detektiv Conan-Anime-Episode auf dem Manga. Das heißt, es gibt ein Manga-Kapitel dazu, was von Gosho gezeichnet wurde. Und dann ist das ganze Kanon. Und diese Filler-Folgen existieren halt nur in der Anime-Folge und haben keinen Bezug zu diesem Manga-Werk. Das heißt, sie sind eigentlich Story-irrelevant. Das heißt also, dass wir quasi Bonus-Informationen kriegen, nehmen können, aber eigentlich sind diese nicht wirklich relevant für Detektiv Conan an sich, um diese Story verstehen zu können. Und ich habe mir einfach mal gedacht, okay, komm, ich schaue mir die ersten 100 Detektiv Conan-Folgen an und schaue mir die letzten 100 Detektiv Conan-Folgen an. Also die aktuellsten, sage ich jetzt mal und schaue, wie viele Filler-Folgen dort eigentlich vorhanden sind. Und jetzt die Frage an euch, könnt ihr mal gerne unten in den Kommentarbereichen niederschreiben. Was glaubt ihr, hatten die ersten 100 Detektiv Conan-Folgen mehr Filler als die aktuellsten 100 Detektiv Conan-Folgen oder glaubt ihr das nicht? Schreibt es mir gerne rein. Die Aufklärung ist phänomenal krass und eigentlich auch das, was ich mir im Vorfeld so gedacht habe. Ich sage euch ganz ehrlich, bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dachte ich mir so, okay, vom Gefühl her glaube ich schon, dass die ersten 100 Detektiv Conan-Folgen weniger Filler hatten. Und dass quasi die letzten 100 Folgen so ein bisschen gestreckt wurden. Und in der Tat, es ist so. Aber hier geht es nicht um zwei, drei Folgen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die ersten 100 Detektiv Conan-Folgen hatten 43 Filler-Folgen. Das heißt, wir haben hier also 57% Kanon-Folgen und 43% Filler-Folgen. Das heißt, wir haben also mehr Kanon als Filler. Das heißt, die Story geht extrem schnell voran, würde ich sagen. Wenn wir uns jetzt aber die letzten 100 Folgen angucken, also von 937 bis 1037, da sieht das Ganze anders an. Dort haben wir je nachdem, wie viel wir zählen, 70 bis 71 Filler-Folgen. Das heißt, 70% Filler und nur 30% Kanon. Ja, das ist krass. Das heißt, wir haben hier also knappen Zuwachs von über 50% mehr Filler-Folgen in den letzten 100 Folgen als in den ersten. Das ist eine extrem besorgniserregende Entwicklung. Natürlich muss man sagen, dass das sehr, sehr aussagelos ist. Ja, das ist jetzt einfach nur ein kleiner Vergleichswert. Ja, theoretischerweise könnte man auch gucken, okay, wie viele Filler-Folgen gab es von 200 bis 300 und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt aber ganz bewusst nur an den Anfang und an dem Ende orientiert, ja. Einfach, um euch so ein Feeling zu geben, weil ich immer auch wieder höre, ja, irgendwie wird das immer langgezogen. Und ich kann euch auch natürlich hier an der Stelle sagen, es wird auch langgezogen. Alleine, weil wir mehr Filler haben als nicht. Das heißt aber natürlich nur, wenn wir uns den Anime anschauen, denn der Manga hat logischerweise keine Filler-Folgen. Auch wenn wir da wieder in so einen Aspekt kommen, okay, was ist denn jetzt eigentlich Kanon-relevant? Für ihn ist etwas anderes Kanon-relevant. Ja, für den einen ist nur schwarze Organisation Kanon, für den einen ist nur Shinichi und Ran Kanon. Aber theoretisch, laut Definition ist all das, was wir im Manga sehen, Kanon-relevant und generell relevant für die Hauptstory. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in den Kommentarbereich, habt ihr richtig geraten. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn ihr da mitmacht. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017